Ich wusste es. Ich wusste es. Ähm, ich hab da eine Idee. So eine ganz kleine. Sitzt hier vorne und verdient sich jetzt wieder ein Siebener. Hey, Doofus. Oh, hey! Entschuldigung, aber es ist so eine Wiederholungsshow. Ähm, ja, okay, Live-Darmietung. So, wie gut ein Akter bist du? Die Beste. Die sehr Beste. Du weißt, die Nurse da, sie sagte, sie lief dich in all diesen Filmen. Und dass sie immer wünschte, dass du ihr eine Live-Performance geben würdest. I knew it. She always gave me any strange looks. I thought it was contempt, but the face must just be cramped up from shyness. Yeah, that's definitely it. She'd love to see you act. I'm sure. I'm gonna have to oblige. Which movie do you think she'd like the best? Oh, verdammt. Ähm. Das war der Serienkiller. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, die Blase. Die Blase könnte. Könnte. Ich probier's mal. Wir probieren's mal. Wir probieren's mal. So. Spiel los, mein Freund. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Oh, Jenny. Everything is forgiven. You and me were like peas and carrots. I'm just so full of your... ...log that I think I'm about to burst. Jenny. Where did you go? Und bitte umkippen. Und bitte umkippen. You've been a great audience. Was? Wie? Das war's. Das war der falsche Film. Aber ganz ehrlich, das ist ja cool. Ich dachte... ...eine elektrifizierende Performance. Ich muss irgendwie intervenieren. Okay, wir müssen ihn wohl mit dem Elektroschocker umhauen. Ähm. Aber ich find das ja cool, dass er da wirklich Schauspiel hat. Also dass es eine Tonaufnahme dafür gibt. So, also kommt nochmal. Hey. Wie about another show? Sure? Any suggestions? Ja, natürlich. Eigentlich möchte ich die alle einmal durchgehen. Ich nehm mal kurz... ...den Jäger des verlorenen Haupthaares. Natural bald-Killers würde die obvieste Wahl sein. Bald, move! Komm, das will ich auch noch sehen. Also, ich mach das jetzt. Ich geh die einmal alle durch. Fernando. Du bist so ein guter Freund. Ich kann dir nicht genug bedanken, ...dass mich wiederum machen. Du schaffst das Skalp in ein berührendes goldener Kaffee. So, wie die Welt nie gesehen hat. Okay, Doktor. Ich bin jetzt aufruf. 10. 9. 8. 7. 6. Danke, danke. Du hast eine große Zuschauer. Hey, dufus. Oh, hey! Ja, Hallöchen. Ähm, nochmal. Hey, wie about another show? Sure. Any suggestions? Ja, und zwar das Schweigen von Lambert. Probably the silence of Lambert. Oh, I'm gonna be loud. Ah, er wird laut. Ah, es wird nichts ändern. Er wird wirklich umkippen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie ihn ein, äh, liefert. Und er quatscht die ganze Zeit. Und, naja, klar. Hey, die Darby-Gutungen sind wirklich cool. Das ist echt ganz großes Kino, was wir hier gerade haben. Hey, dufus. Oh, hi! Ja, Hallöchen. Komm, noch eine. Hey, wie about another show? Sure? Any suggestions? Ja, und zwar die üblichen Überraschungen. How about the usual surprises? Business as usual. Jo. Machen wir einfach. Ganz easy hier. Mal ganz kurz. Ich kann nicht glauben, dass ihr das für mich gemacht habt habt. Du weißt, warum ich... Was ist das? Bacon? Oh, mein Kopf schmerzt. Ich schweig. Danke, danke. Du bist ein Schwerger. Schwerger! Schwerger! Er schweig. Oh, schweig. Mann, ich fühle mich wie ein totaler Jackass. Ich muss es später mit dem armen Mann machen. Oh ja, der Arme. Aber was soll's, wir kriegen jetzt wenigstens, was wir wollten. Was? Oh nein! Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ahm. Zeit des Monats, Carlita Mendez. Oh, was ein Schuss. Es ist der obnoxische Nürz. Wir probieren zwar C, Mendes, mit Z oder S. Mit Z. So. Aber wie ist das Passwort? Räume, Kolumne und Filme. Wahrscheinlich leichter, wenn ich die Computer einstehe, wenn ich etwas Degung machen muss. Ah. Immer diese Probleme? Weil... Pflanze? Ich erwartet nicht Plastik, aber das sieht aus wie eine echte Plante. Aha. Ein Kalender von 1991. Hm. Ich glaube, sie haben das Jahr wirklich gefallen. Vielleicht 1991? Ich probier's mal. C, Mendes. 1991. Nein. Es muss noch einen weiteren Hinweis geben. Die Frage ist, welchen und wo wir den finden. Wahrscheinlich nicht hier. Nein. 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 Ich weiß gar nicht, welchen Raum zu gehen. Ja. Das ist jetzt blöd. Hm, hm. Sag mal. Kann ich den Computer nur starten? Vielleicht kann ich ja die ganzen Zugangsdaten auslesen. Nur mal so blöd gefragt. Was geht? Cool. Oh, 4 Megabyte. 4 Megabyte Speicher. 4 Megabyte Speicher. Das ist das geil. 33 Megahatz. Ach, das ist doch schön. Und... Passwort. Ah, ich wusste es doch. Also... C, Mendes. Hatten wir schon mal. Ja? O, Thor. Gador. Okay. So. Einmal notiert. Und dann kann ich hoffentlich... jetzt... hier... rein. Geht doch. Was? Oh. Hieß der so? Charles Wade. Geboren am 24.08.24. Ähm... Das ist relativ alt. Also, er ist jetzt relativ alt. Und zwar am 24.08.95. Überwiesen von Dr. A. Friedman, St. Francis Medical Center, KC. Wo auch immer KC jetzt liegt. Bei dem Patienten wurde erfolgreich ein invasiver Eingriff am offenen Herzen durchgeführt. Er wurde auf eigene Bitte hin in diese Einrichtung verlegt. Die Prognose ist positiv und der Patient sollte erwartungsgemäß in sechs bis acht Wochen vollkommen genesen sein. Status stabil, Raum 6b. Das war einfach. So. Ich hoffe, das reicht. Dann müsste sie eigentlich wissen, wo wir hinmüssen. Auch wenn es gar keine Bestätigung gerade gab. Aber ja. Ah! Da ist er. Gut bewacht. Es ist okay, Claude. Entstanden, Herr. So. Du hast mich gefunden. Ich habe. einen großen Bauch. Ich habe. Dann gehe ich mit dem. Wie willst du deine Bilder? Ich werde ein paar Maschinen für meine Gesichter mit? Das warst du für deine Aufmerksamkeit. Ich bin kein Journalist. Also keine Analyse, in der Fall. Ah. Sie ist ein Buch. Also. Du siehst du für dein große Verletz. Surely das muss aufgrund der Internation auf einer großen Bibel. Willst du mich bei den Times an Thompson nennen und mit dem Schluss kommen? Ich spiele immer wieder mit ihm mit dem Golf. Das geht nicht darum. Es ist persönlich. Das geht nicht darum. Vielleicht sollte ich Claude fragen. Du wißt du, Charles, die Person am meisten zu verletzen wird von einem Schrauben wird sein. Sehr wahr. Das ist etwas, die Jäpsen, die mich verletzten, gelernt haben. Mein Vater hat dich dann auch gemacht? Oder war das eine der wenigen Zeiten, die er nicht verletzt hat? Hold on da. Erzähl dich. Du bist bereit, zu hören etwas anderes als deine eigene Sprache? Ich bin kaffeein. Ich bin Kathi Rain. Josef war mein Vater. Jetzt, ich erinnere mich. Du warst beim Funeral. Ich warst. Du warst late. Ich brauchte meine Frühmärmung. Besonders, es ist nicht so, dass mein Vater zu gehen. Ich weiß nicht. Oh, schau mal an sie, Claude. Sie ist absolut gefährlich. Das ist Josef's Blut, die durch ihre Beine riecht. Sie hat sicherlich eine smarte Beine, Sir. Ich muss sagen, du hast mich enttäuscht, Kathi. Was kann dieser alte Mann dir helfen? Na dann wollen wir mal ihn ausfragen, und zwar über den Vorfall im Jahre 81. Sie wissen, was mit meinem Vater passiert in 81? Ich wünsche mir, dass ich es getan habe, Kathi. Du musst wissen, dass ich alles in meinem Macht, um zu helfen. Wie denkst du, dass Mary Elisabeth all diese grossen Beine riecht? MRIs, neurologisten... Sie sagen, was du willst, über Josef. Aber er war nie immer riecht. Strange. Grandma hat mir das nie gesagt. Sie ist einfach zu stolz. Bei Beginn hat sie nicht. Sie war überzeugt. Sie war überzeugt, dass ich eine Angelegenheit hatte. Und da waren sie? Und da waren sie? Nicht so dumm. Nachdem das alles, was passiert hat, ich noch immer liebte Josef sehr. Ich wollte mir helfen. Die Menschen aus diesen Ort haben eine tiefen Verkaufnahme in den Reichen. Sie hat sich für Jahre alt. In ihren Augen, ich bin einer von ihnen geworden. Also, das ist alles, was du wissen, über das ganze Angelegenheit? Du sprichst, dass es mehr zu wissen ist? Ich habe die Diagnose für die Professionale gegeben. Frau Raine hat die Krankenhäuser bekommen, aber sie hat mich geholfen von alles. Also habe ich das gemacht. Ich verstehe. Was kannst du mir erzählen über deine Freundschaft mit Grandpa? Josef war der beste Freund, der ich hatte. Wir haben zusammengezogen. Wir haben uns zusammengezogen. Wir haben uns zusammengezogen. Wir haben uns zusammengezogen. Wir sind in der Kriege zusammengezogen. Ich kann sogar gar nicht anfangen, wie er seine Leben hat. Ich verabschiede mich einmal oder zweitens. Aber er kam vor. Also, wenn du zwei verlierst dich? Ich hörte, dass etwas passiert zwischen dir und ihm. Was war das? Ah. Die Wahrheit ist, Brian Raine happened. Sharon Evans happened. Meine Eltern? Ja. Sie verabschieden alles mit ihrer vile, destruktive behavior. Ich konnte das nicht mit meiner Daughter oder meinem neuen Großvatern haben. Josef war naiv. Er glaubte, dass irgendjemand helfen könnte. Dass irgendjemand mit einer Chance könnte. Dass irgendjemand mit einer Chance könnte. Er war einfach... zu gut. Gott. 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 Es sollte schwer sein, Brian. Mehr streng. Gott. 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 Hot. Gott. 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 Entsch clearly, Ja, ach, da ist ihre Mutter drin. Ähm, ich mag ihn nicht so richtig, da finden wir mal was. Okay, leuchtende Kreise vielleicht, pulsierende Kreise, sowas wie das, was wir im Wald gesehen haben. Gut, aber wir machen mal weiter mit Lily Myers. Was? You bought a number of paintings by Lily Myers. Why? I'm known to dabble in art from time to time. Martha, my wife at the time, was enamored with the paintings. I believe she first saw them at the high school which the Myers girl attended. Anyway, after the poor girl killed herself, I bought the paintings speculatively. When a young artist with any talent to speak of commits suicide, it can be a wet dream of certain connoisseurs. Shortly after procuring the art, I had it valued by an expert who determined that the value was three times the amount I bought it for. Today, I'm sure I would have made my money back tenfold or more if it wasn't for the art theft. What art theft? There was a burglary in the mansion I used to own here in town. It was all over the local news at the time. Well, shit. Eloquently put. Okay. Die wurde gestohlen. Gehen wir davon aus, dass er da die Wahrheit sagt, dass er die Sache gekauft hat für Investitionszwecke, dann ist immer noch die Frage, wer hat die Kunst gestohlen und warum? Can you tell me about the art theft? Well, somebody broke in, stole the paintings, and got out. Fairly clumsy job. Lots of broken windows. The strangest thing was, was that I had a Monet, a Rembrandt, and two paintings by Picasso. Untouched. But every single painting by an unknown local artist, gone. That can't be a coincidence. Agreed. Somebody wanted those paintings badly. I assume there was an investigation. Yes, Sheriff Truman came by with his deputy a few hours later, but they didn't have much luck. Natürlich. There was a single witness, though, who said he could make out multiple burglars leaving the scene of the crime, but nothing more than that. So, I take it the case was closed? Yes. I honestly didn't care much one way or the other, given the fact that my most expensive pieces were safe and sound. I think I'll have a chat with the sheriff about the matter, if that's okay with you. Certainly. I'll call ahead and instruct him to give you everything you need. That'd be great. Thanks, Charles. Anytime. But I'm curious. What's your interest in the paintings? I've learned that my grandfather went to Sue and asked to see them, right before he had his injury. Is that so? Strange. Ja, das ist seltsam. Und genau aus dem Grund wollen wir auch wissen, was auf den Bildern war.